Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun, das Thema Griechenland beschäftigt uns nach wie vor und es ist noch zu keiner Lösung gekommen, die inzwischen sehr wünschenswert wäre. Und verschärfend kam heute noch hinzu, dass die Ratingagentur Fitch Portugal in der Bonität heruntergestuft hat und das hat dann zu einem kräftigen Kursrückgang geführt. Denn Portugal ist natürlich ein gewichtigerer Kandidat als Griechenland. Also ich glaube, dass wenn dieses Thema Griechenland für alle Parteien befriedigend gelöst wird, und das macht ja den Anschein, dass man da jetzt in kürzester Zeit zu einer Lösung kommt, dann glaube ich schon, dass der Euro sich wieder stabilisieren wird. Und das war die Ratingagentur Fitch. Und das war die Ratingagentur Fitch. Ich komme aus Jordanien, das ist mein erstes Verhandlungen hier in Griechen. Ich habe 400 Dollar für 283 Euro, das ist sehr hoch. Ich habe gesagt, dass Ihr ATM-Card ist die beste Rate, und wir haben noch nicht versucht, das eine noch. Es ist 1.34 Euro jetzt, glaube ich. Es ist nicht so gut an exchange rate. Es hat sich auch gut gemacht.